Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rattet und Klenk. Ich hab schon mal nachgeguckt und... Ja, da ist es! Das ist dieser adapte Bolt. Wie konnte ich den denn übersehen? Und das ist der schnellste Weg. Ich frage mich, was man mit dem anstellen kann. Diese Waffen gibst du jetzt auch in... In der Phönix. Und los. Flieg dahin. Und diesmal wird nicht abgestürzt, wenn du losfliegst. Ach ja, das sind die Waffen hier. Auf nach Makadi... Makadia. Da gibt's, glaube ich, drei? Sehen das drei oder nur zwei gewesen? Ist das ein Wüstenplanet oder warum ist das so rot? Gut, Sie zu sehen, Sir. Der Amtssitz des Präsidenten ist am anderen Ende der Stadt. Fassen Sie gut auf. Die Tyrannoiden sind überall unterwegs. Ja, ihr geht schon mal vor. Ich will nur gucken, was ein Verkäufer so im Lauf Lager hat. Noch eine Waffe, die ich diesmal überhaupt nicht leisten kann. So, nimm das. Tippe die Dreieck-Taste doppelt an, um durch die letzten drei ausgerüsteten Waffen zu schalten. Ja, doppelte. Was ist denn hier? Fragezeichen? Ob ich da vielleicht noch hin? Oh, was ist denn hier so versteckt? Nimm das. Wo kommt ihr mit kleinen Biester her? So. Von da kam ich. Was hält der denn so aus? Wow. Ich hab 10.000. Ja, die ganzen Gegner sind hier da. Wo sind die denn? Wo sind die denn denn? Nehmt das. Nehmt das. 11.000. 11.000. 12.000. 27.000. Da... Was ist die denn? Ich weiß, ein Leben kann ich schaden. Aua! Okay, der hat mich getroffen. Das gibt es doch nicht. Es kommt so ein bisschen an Geld damit durch ran. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, den habe ich erwischt. Oh, ein Endes Leben. Was ist das? 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 Das ist irgendein Gang. Irgendwo. Aufgelevelt. Deine Waffe wurde hochgestuft. Waffen werden bei regelmäßiger Nutzung automatisch hochgestuft. Wie komme ich an diesen Gang ran? Da ist ein... Ah! Hi! Ich hab dich! Hallo Zeit ein Molt! Hallo Zeit ein Molt! Wiem. Wiem. Annen Sieg. Komme ich da überhaupt hin? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe da mal ein bisschen zurück und hole mir Leben. Ich weiß ja ganz genau noch, wo Leben steht. Also hier habe ich ja schon mal einen von drei mal zwei. Ja, das habe ich gesessen. Was wird das hier? Schuss, Sir. Eine zweite Tyrannoidentruppe ist gelandet. Sie greifen das Anwesen von der anderen Seite an. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Die kriegt ihr. Folgen Sie mir zum Transporter. Ja? 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 Ein blödes Mistvieh. Folgt es mir immer noch. Nee, da fliegt man eher runter. Okay. Nach Anwesen beschützt. Du solltest das Seitwärtsausweichen-Manöver nutzen, um dein volles Kampfpotenzial auszuschöpfen. Halte zum Ausweichen während des Rennens die R2- oder die L2-Taste gedrückt. Jee, den haben wir ja schon mal geschafft. Wir kommen genau richtig, Sarge. Wir müssen den Präsidenten-Palast verteidigen. Die Tyrannos werfen Verstärkung ab. Und das! Aha! Noch mehr von euch? Es sind zu viele. Hier sind die Tatsache. Wir sind so gut wie tot. Wie viele sind das noch? Gebiet abgesichert. Gut gemacht, Mädels. Los geht's. 3.000 Bolz. Okay. Okay. Geben Sie den Schutztrupp in Deckung. Wenn wir sie alle verlieren, ist es aus. Da kommt was. Oh, aufgelevelt. Halte die Kreistaste gedrückt, um den Schockblaster zu laden und damit einen noch kraftvolleren Angriff zu starten. Sie sind überall. Ach, und da ist auch Leben, wie ich sehe. Ich bin nicht schla- Ja. Ich bin nicht schla... Oh, kommt der. Da kommen ja wieder welche. Okay, ich soll was abknallen. Wir müssen die Gegner Vision Transporter ausschalten. Die Untertassen sind nicht so wichtig. Feuer frei. Zeigen Sie es Ihnen, zart. Da ist noch eins. Oh, das ist noch eins. Oh, das ist noch eins. Das ist die letzte Welle, Sarge. Lassen Sie diesen Steinbauten keine Chance. Ja, mach ich doch. Jetzt übernehmen wir, ja. Okay, noch eine Mission. Wie viele Missionen sind noch? Wir müssen das Geschütz wieder benutzen können. Okay, mein Leben ist wieder gestiegen. Haltet uns den Rücken frei. Dann haben wir die Kiste schnell repariert. Ja, wie lange geforscht ist, die Missionen noch gehen? Deckungsfeuer. Wir müssen die Mechaniker schützen. So. War es das jetzt? Ich glaube nicht. Nimm das! Die Operator abgeschlossen. Jetzt schlagen wir die Theranos mit ihren eigenen Mitteln. Okay. In der richtigen Reihenfolge? Die Theranos haben einen großen Angriff gestartet. Unsere Flugabwehr wird dringend benötigt. Deine Feinde erscheinen rot auf dem Radar. An dem verbündeten Blau. Missionsziele erscheinen im Grün. Die Türme können nur von Objekten abschießen. Um die Wurden verbinden müssen sie sich selbst kümmern. So. Hier geht's ja richtig ab. Die Koranus warten uns mit allem an, was sie haben. Jetzt nervt ihr. Oh, die da hinten jetzt. Jetzt sind wir richtig am nerven. Unsere Flugabwehr wird dringend benötigt. Jetzt kommt. Schieß ihn ab. Nichts und man können nur Flugobjekte abschießen. Um die Bodenverband müssen sie sich selbst kümmern. Jetzt ne... Die Koranus warten uns mit allem an, was sie haben. Ich brauche Leben. Das ist für eine schwere Mission. Wir sind echt nervig. Die Koranus haben einen Großangriff gestartet. Unsere Flugabwehr wird dringend benötigt. Ja, mache ich ja. So, das haben wir ja schon mal geschafft. Okay, das war schon mal. Okay, das ist ja gut und schädig. Mein Leben hat sich erhöht. So, Luftabwehr, wir brauchen dich. So, lad auf. Mission erfüllt. Ich habe dir keine Hoffnung, Kleiner. Sie ist in anderen Liga. Hm, Sascha hat mir auch von der Quark-Sache erzählt. Der Mann hält sich für einen Affen? Er hat das Gedächtnis verloren, Sir. Tja, dann müsst ihr es wiederfinden. Wir brauchen unseren Helden zurück, pronto. Ist das klar? Ja, Sir. Meine Tochter sagt, du hättest geschickte Finger-Ratchet. Sir, ich schwöre, ich habe nicht... Der Laserschild der Stadt wurde beim Angriff zerstört. Ohne ihn sind wir schutzlos. Ich habe jemanden hingeschickt, doch er ist verschwunden. Ihr müsst diesen Schild wieder zum Laufen bringen. Jawohl, Sir. Machen wir. Erstmal Munition. Und dann Waffen. Das könnte nützlich werden. Erstmal zurück zum Schiff. Der Infektor feuert Nano-Virus-Kugeln, die den Gegner bei Berührung infizieren. Infizierte Gegner greifen andere Gegner an und infizieren diese, bis die Infektion abklingt. Okay, das ist schon mal lustig. Das hat mich schon ein bisschen mehr Auswahl. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part. Ich bin nochmal rot.